Wir hatten die Begriffe Reflexion und Streuung und zwar, also was ihr wisst müsst, alle Farben zusammen ergeben weißes Licht, so diese Regenbogenfarben, wenn ich die zusammen mische und schwarz bedeutet einfach kein Licht, grau ist ein bisschen Licht und weiß ist viel Licht. Also so Farbflächen, wenn ich eine weiße Farbfläche habe und es ist dunkel, dann ist es eigentlich auch schwarz und wenn ich eine graue Farbfläche habe und da mit 10.000 Watt Glühbirnen Licht drauf strahlt, dann schaut es auch weiß aus. Jetzt habe ich mir mal einen blauen Pullover angeschaut, was da passiert und wir reden ja immer über Reflexion, aber das meiste, was wir haben, ist eben Streuung. Also da kommt das weiße Licht, ich habe das weiße Licht als Regenbogenfarben mal gemalt, aber eigentlich ist es weißes Licht. Und dann wird an der Stelle, wenn der ein blauer Pullover ist, dann wird hier blau, blaues Licht in alle Richtungen nicht reflektiert, sondern gestreut. Es geht in alle Richtungen. Was ist mit Rot, Gelb, Grün? Die werden absorbiert, die werden verschluckt. Also, alle Farben treffen auf dem Pullover, das blaue wird gestreut und rot, gelb, grün werden absorbiert, verschluckt, sind weg. Beim roten Pullover ist es logischerweise anders, da wird das rot gestreut und die anderen werden absorbiert und bei Mischfarben ist es eben so gemischt. Genau, und hier habe ich das nochmal so aufgemalt, also Streuung geht in alle Richtungen und bei der Reflexion ist es so, dieses Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Also diese zwei Winkel sind gleich und da wird das ganze weiße Licht gestreut. Also da, wenn ich jetzt hier, genau, das vielleicht zum Beispiel, also wenn ich jetzt hier so ein blaues Auto hätte und hier ist die Sonne, dann kann es sein, dass ein Teil reflektiert wird. Also Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, also wenn ich hier mich hinstelle und gucke, dann sehe ich hier natürlich, also Reflexion, das ist das weiße Licht, das blendet. Da schaut es nicht mehr blau aus, das Auto, sondern weiß. Und ich brauche einen bestimmten Winkel, also wenn ich hier den Winkel verändere, dann ändert sich auch diese Reflexion. Dagegen die Streuung, das ist ein blaues Auto, schaut blau aus, egal von welcher Richtung ich drauf gucke. Bei der Streuung ist es so, dass ein blau in alle Richtungen geht und rot eben absorbiert wird und so weiter. Also da habe ich beides. Das ist meistens, dass ich beides habe. Hier oft merkt man eine Mischung aus Reflexion und Streuung und dann haben wir noch ein bisschen über den Spiegel gesprochen. Also wenn ich hier stehe, dann habe ich hier dieses virtuelle Spiegelbild. Also ich sehe meine grünen Schuhe, das ist der Weg des Lichts, aber das Hirn denkt immer, Licht würde gerad gehen. Aber im nächsten Schritt weiß das Hirn schon, dass die Schuhe nicht hinter der Mauer, hinter dem Spiegel sind und denkt nochmal um und sagt, ja wahrscheinlich werden sie hier sein. Das war die Stunde.